Wir spielen die Wächterin, oder was das für ein Lappen ist. Also jetzt, ich glaube, Wächterin. Da ist er schon. Da ist schon. No way piercing. Geht schon. Na. Neue Überschnitt. Geht los, Alter. Geht los. Geht los. Geht los. Tschüss. Geht los. Ein bisschen schneller wäre das Ganze. Geht los. beim aufstehen so psychische probleme an das season werden sie uns bald wieder der mann sauvane ernst für die eigenen rein Heee! Dippa da! Wenn er hier ist, ist er hier, da geht ihm an mir. Geh aahm! Scheiße! Wo ist denn der Energie lang? Ja! Und kein Schwanz hilft da! Tja! Genug von den Deguschen und jetzt hör uns immer was. Besser zuhören! Na! Idiot! Dorti, dorti! Deine Mutti! Ja, hau die Arbeit, der kommt gleich! Unten ist er eh! Der Lutscher und weiß nicht was er tun soll! Wollen wir mal da abe! Arruhe ist! Keine Zeit! Beile, Beile! Keile, geile! Keile, Keile, Keile! Keile, Keile! Und meiner! Komm schon, komm schon, komm, komm, komm! Hat das! Pass auf! Nicht denetrischen! Das ist aber nicht notwendig! Hör! Aus! Was? Nein! Was willst du mit so einem Team reißen, Alter? Ah! Was? Ich bin grad mal Level 8! Geile, Keile! Geile, Keile, Keile! Geile, Keile, Keile! Keile, Keile, Keile! Das ist ein Totoar. Halt die Goschen! Ach, scheiß! Hallo! Cuckoo! Ach, Gacken! Dude! Ich werde so geschluckt, wenn er zu schlägt. Geh! 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 Geh!